hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren schnäuenspiel und zwar ist es sleeping dogs das steht zwar hier nirgendwo im hauptmenü aber das ist so und zwar wende ich mich jetzt direkt an n y du hast das in einem kommentar erwähnt bei wade batman da hast du irgendwas kommentiert und ich hab gesagt da schlag du doch was vor und da kamen ein paar spiele und das war eines von denen wo du sagst das kennst du gar nicht und ja ich finde den vergleich mit gta eigentlich immer scheiße aber es ist irgendwie so ähnlich aber ja es spielt in hongkong und ja man spielt einen undercover polizisten der halt der alt schon scheinbar auch irgendwie so eine kriminelle vergangenheit zu haben scheint aber ja schauen wir einfach mal rein und schauen wir mal was da kommt die steuerung ist ja auf jeden fall auch ein bisschen anders als das von gta zum beispiel gewohnt bin aber ich werde das nicht irgendwie ändern oder so also insgesamt ist es halt auch so ein open world action game was hier anders ist es gibt zwar hier auch waffen aber waffen sind hier nicht hauptbestandteil sondern eher äh ja eine andere art und weiter zu kämpfen bin ich mal gespannt ob ich das noch hinkriege muss auf jeden fall mit kontern arbeiten und so und wo es hier ist sagen muss bin ich mir jetzt nicht so sicher ob ich das hier komplett durchmache schmache oder vielleicht doch nur die story ja aber schauen wir uns das ding erst mal an hier werde ich jetzt anders als in deadfall adventures auf jeden fall nur einen part aufnehmen da werde ich jetzt erst mal und da dürfen wir gleich schon rennen und ach so wirst du an dem volk ja kommt renn doch auch ja so schön das sollte ich vielleicht ausweichen so ein bisschen ja mach halt mensch okay das war glaube ich schlecht gerade muss ja auch das richtig timen wenn man da die taste drückt ha aber es scheint bis jetzt ganz gut zu klappen wir springen hier ha hier muss ich jetzt erst ein bisschen labern mach ich ein bisschen lang ich glaube ich werde an den audio einstellungen noch ein bisschen fallen irgendwie ist mir das spiel selbst gerade doch ein bisschen zu laut alter ist das laut und weiter lassen uns doch hier nicht schnappen und rüber ja komm weiter jetzt stehen bleiben einfach weiter rennen und ja nächste endstation ach was ich hier wahrscheinlich auf jeden fall machen werden müsste ist die einleitung komplett spielen welcher dann wegen speichern es gibt ja checkpoints man kann aber auch noch mal zusätzlich wie bei gta in speichern gehen indem man sich ins bett legt aber so jetzt ist gerade mal wieder ein bisschen ruhig was wollte ich sagen na gut lassen wir doch mal den labern ja gut jackie oh jackie man es ist Flow es geht zwei du gull 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 Fuck you. You know, 15 years will do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? That was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, it happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole and to Sun On Yee. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole and the Sun On Yee. Shit, doll guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, doll guys is a Red Pole, too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't doll guys hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed doll guys with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen. In the flesh. I can't believe it. Check him off. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. So, let's see what happened to you. You have failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun on Yee is the most powerful gang... Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Pulls, the lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Wei. Good luck out there. Wei, can't wait here. Will direct loslegen. Raymond, what's wrong with you? Wait, Shaq. Wait, Shaq! Man, this is going to be great. I'm sorry, I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know, I tried to look you up a few years back, but I couldn't find shit. Wait, do they have the internet in America? I think they'll get the next year. I guess you were in prison or something. Yeah, come. Come on, let's get out of here. Go ahead. Boah, this... Musik. I'm still getting used to being back, huh? Yeah. So, Winston's a red ball now? All these territories are Winston's. The doggy are not going to get out of here. They're both red balls, as soon as they're on the same side. Perfectly. The doggy are always not going to get out of here. It turns out, he's a pretty asshole too. When we get to the end of the day, then they're still going to get out of here. Although it's always bad, but I think it's not so bad. What did I hear? They didn't let them have a quick death. The radio music is, I think, a pretty scary idea. I know, but I have to look at it. I think there's also a key to the radio. I have to look at it. Hey, 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 how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. They're okay, Daddy. I'm so sorry. Give him alone. I'll kill him. I'll kill him. I'll kill him. I'll call the cops. Hey, you don't talk like that. Hey, you don't talk like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go, Jackie. I'm gonna fuck you up. Yeah, good. Die lassen die Finger nicht von ihm weg, ne? Würde ich mal... Ach, ja. Jetzt kriegen wir hier erstmal so'n bisschen... Erklärt, wie es funktioniert. Ach so. Ach du Scheiße. there ain't. So, gardening kann man auch kontren. Was I love? Ach so, die hier ist einfach nur verbrüben oder wie sieht sie jetzt aus? So, einfach mal schön draufhauen. Was ist das? Ach ne, da kommen die nächsten. Ja, komm, komm her. Komm her, ihr kriegt auf die Fresse. Ja, okay, komm die Fresse. Komm. Auf die Fresse. So, dürfen wir jetzt gleich kontern? Ach so, ich darf... Ach ja, Umgebungs... Ähm... So. Zack. So. Ähm. Haben wir doch gerade schon gemacht. Pack mal noch einen, ne? Komm. Können wir da jetzt nicht hier? Ach so, jetzt dürfen wir einfach nur verprügeln oder so, ne? Na, wann kommt ein nächstes, äh, Block? Ach so, ich... Soll ich die jetzt hier alle... Komm. So, die müssen scheinbar alle hier... Auf diese A... Was? Ach so. Zack. Warum hab ich eigentlich hier die ganze Zeit... So wenige. So, noch einen. Weg damit. So. Können wir den jetzt wenigstens hier... Steht ja immer noch einer. Die stehen immer wieder auf, hä? Ich bin immer wieder hier. Komm und hol mich. Du willst nur bleiben, äh... Komm, aber den jetzt. Ja, jetzt darf ich. Und sag, ouch. So. Bei diesen, äh, Finischern, äh, mit der Umgebung, mit übernehmen, mit der Umgebung interagieren kannst du. Ja, okay. Ein paar Scheiße. Also, alles ist cool? Willkommen, Manni, aber komm, Manni. Ich kann sie sehen, Winston. Hier sind wir. Winston's Mom hat das Restaurant. Das ist immer noch die Version, also sämtliche Bugs, die, äh, gefixt wurden, sind hier immer noch vorhanden. Bull! Woher denkst du, du gehst? Relax, Manni. Das ist Wei. Wei Shen? Ich hab dir über ihn gesagt, erinnerst du? Und... Wir können dich nicht auf Ihren Scheiß-Frienden halten, Jackie. Kein Outsider. Er ist kein Outsider, er ist von alten Prosperität. Wie bei uns, Hochi Odei Juma. Wei ist Outschule, du weißt? Oh, I grew up with the guy. Oh, Prosperity, huh? Ich bin auf vacation. Young Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie. No, 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 no. You should have seen it, Winston. Why he just beat up, like, ten of dog-eyes guys in the market by himself. Oh, hey, Manni. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Wie bei uns? Yeah, huh? Winston? I don't like this cocky little fucker. Oh, wait, wait, wait a minute. Haha. Dang Yatsang. I do remember you. You had a sister, right? Yeah. Mimi. Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hang on with all guys. No offense. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ten guys, huh? You feel us? I'm just crazy. Try capable. We'll see. Conroy. You know that problem we got in the market? Why don't you take away with you? Hey Jackie. Hang back a second. I want to hear more about your friend. Alright. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he has. Great. Hey, that's all I fucking need. So you're the tough guy that's everyone's top. So, this time I should counter. That's... ...so. Hey, you think you can fight? Yeah. When they're red, you can counter and then... ...and then... ...a bit... Is that all you got? You think you're hot shit, huh? Let's see what happens when shit gets over you. You're going to back down? Huh? I'm going to beat you and you're going to take me. So, I think I just need to... ...that smile of the screen. Yeah, come. I can't do that. Come on. Come on. Fight back. Why did you do that? Huh? You like that? Come. 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 Nexus. Huh? Huh? I don't care. What... You don't care. Why did you do that? Hello boys. You have a lot of shit. Doggeys. Was? Doggeys? Where is Doggeys? Hey! Do you know what you mean? Ja! Boss! Wir sind gerade weg. Geh! Und es war sehr interessant. Winston! Mein Freund. So gut zu sehen. Wie ist deine Familie? Was willst du? Oh, Winston! Wait, wait, wait! Bruder! Ich komme mit dir zu sprechen, Mann. Für die Zeit. Wir arbeiten hier ein bisschen. Wir können mit dem Nachtmarkt. Ja? Wir sind beide Son-Hong-Yi. Both grown men. Wir sollten nicht gegen die Kinder kämpfen. Hey, wer ist der neue Blut? Es Wei. Erinnerst du Mimi Shen? Als du erst angefangen mit Mädchen mit Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, ja. Die erste Mädchen zuerst. So, was? Wei ist sie, Bruder. Und ich war der erste Mann, die dich verraten. Erinnerst du mich? Oh, 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 Wei. What the fuck, Mann? Seriously, Wei? Ich entsprich. Ich bin wirklich entsprich. Ihre Freundin mich verraten. Der Nachtmarkt ist meine, Daugeyes. Sie haben Sioir in der Strecke. Das war das Problem. Also, bleib aus. Hey, sagst deine Freundin, mir eine Telefon. Ich würde mir nicht interessieren, was ich? Er hat nicht verändert. Ja, ja, ja. Er war mein Freund. Jacki! Du gehst in der Nachtmarkt. Du wirst die Leute verstehen, dass ich in Kontrolle, nicht Daugeyes. Entschuldigung? 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 Hey, du wirst jemanden verraten, der versucht, in deinen Weg zu kommen. Ich will diese verdammte Message senden. Okay, der hat zwar jetzt nicht, äh, Dings ge... äh, hier. Hat zwar nicht, äh, Wey geschickt, sondern Jacki, aber... Das macht hier trotzdem... Der Wei, der kann das viel besser. Und ich würde auch mal sagen... Ich würde auch mal sagen... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das hier ist mit, äh... Kann ich hier einfach speichern? Hier... Einfach speichern. Ja, sehr schön. Und dann ist das hier an der Stelle hoffentlich gespeichert. Gehen wir mal hier hin. Und dann haben wir diesen... Speicherstand hier. Gut, es hat ja auch noch eine automatische Speicherung. Aber ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal ne... Päuschen. Und dann... Machen wir im nächsten Part weiter. Bzw. sagt mir erst mal hier... Sagt mir mal, was, äh, sagt sich jetzt zu diesem Spiel? Und, äh... Ja... Eine Story werde ich wohl auf jeden Fall durchspielen. Aber ich wollte ja auch irgendwie so Nebensachen sehen. Wobei... Da gibt es auch viele Sammeldinge. Irgendwie habe ich da jetzt nicht so ganz Bock drauf. Gut, na... Äh... Die werden zwar alle auf der Karte markiert für gewisse... Äh... Missionen, die man macht. Aber... Ja... Mal schauen. Mal schauen. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss. Und, äh... Machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen.